So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Solaris Beginner Arena Guide. Ich habe im ersten Jahr schon so grob einfach den Client und so weiter besprochen. Jetzt ist es aber mir aufgefallen, dass die Playmodi, die ich dann kurz aufgefächert habe, ich gar nicht so richtig beschrieben habe und ich dachte mir vielleicht ist das auch noch mal schön, dass ihr hier einen Überblick bekommt, was es denn überhaupt so an Arena für verschiedene Playmodi gibt und was das überhaupt bedeutet. Drückt ihr hier auf den Playknopf. Wichtig ist hier, dass ihr, wenn ihr wollt könnt ihr All Playmodes aktiviert haben, dann seht ihr nämlich mehr. Ihr könnt das aber auch kleiner machen, dann seht ihr ein paar weniger. Wenn ihr hier auf All Playmodes aktiviert geklickt habt, dann seht ihr alle möglichen Playmodes, die im Moment in Arena zur Verfügung stehen und das sind dann doch relativ viele. Und hier würde ich einmal mit euch drüber gehen. Da haben wir zum einen ein Standard Event. Ein Event ist einfach etwas, ein geschlossener Rahmen, wo man entweder bis zu sieben Wins oder bis zu drei Losses spielt. Standard Event bedeutet, hier benötigt ihr ein Standard Deck, allerdings ohne Sideboard. Denn ein Standard Event bedeutet Best of One, wohingegen Traditional Standard auf Arena bedeutet, dass ihr dort Best of Three spielt. Das sind die Kosten. Ihr könnt sie entweder in Gems oder in Goldmünzen bezahlen und wie gesagt, dann bekommt ihr unterschiedliche Gewinne, je nachdem wie viele Wins ihr holt. Meistens ist es so, dass man bei Arena ab dem fünften Win dann im Positiven ist und auch hier könnt ihr sehen, solltet ihr den fünften Win holen, bekommt ihr 600 Gold und habt aber nur 500 bezahlt. Das ist das Erste. So sind Events gegliedert. Um genauer zu wissen, was im Standard zur Verfügung steht, könnt ihr einfach auf meiner Homepage auf dem Beginners Guide schauen. Dann haben wir das Historic Event. Das funktioniert genauso wie das Standard Event, nur dass hier Historic Decks erlaubt sind. Historic ist das größte Format auf Arena. Im Historic sind alle Sets legal, die jemals in Arena erschienen sind. Im Standard, habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, gibt es so etwas wie eine Rotation, sodass immer nur fünf bis acht Sets legal sind, wohingegen im Historic tatsächlich jedes einzelne Set, was bisher auf Arena erschienen ist, legal ist. Bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt eine Banlist, auch die könnt ihr entweder im Internet finden oder in dem Guide, den ich gerade erwähnt habe. Dann gibt es hier so etwas, das nennt sich Premier Draft Core Set. Premier wird immer etwas bezeichnet, wo man gegen Humans spielt. Es gibt die Möglichkeit, entweder gegen Bots zu draften oder gegen andere Humans. Die Premier Drafts sind etwas teurer, aber dafür hat man halt eben das Gefühl, dass man nicht gegen irgendwelche Computer spielt, sondern gegen normale menschliche Gegner. Auch hier ist es dann so, dass man bis zu sieben Wins oder drei Losses spielt. Das ist in der Best-of-One-Geschichte bei Arena meist so. Im Best-of-Three spielt man meist irgendwie bis fünf Wins oder manchmal auch nur bis drei Wins. Hier sind die Preise etwas teurer, aber für den Draft ist es auch so, dass man ja da auch schon Booster für bekommt, denn ihr öffnet ja drei Booster. Außerdem ist es so, dass dieser Draft, wenn hier oben das Zeichen angezeigt wird, ist dieser Draft Ranked. Es gibt auch immer die Möglichkeit, man unterscheidet auf Arena noch zwischen Ranked und zwischen Unranked, wo man einfach nur so für einen Spaß spielt. Ranked ist dann halt sozusagen so etwas wie ein Leather-System, ähnlich wie ihr das von anderen Spielen kennt. Da gibt es eben diese Tears, Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamond und am Ende gibt es diesen Mythic Rang. Je mehr ihr gewinnt, desto höher steigt ihr in der Ladder auf. Quick Drafts sind auch Ranked Drafts. Ihr könnt das wieder daran erkennen, dass hier oben dieses Symbol ist. Der Unterschied ist hier bei Quick Drafts, da kann man immer mal reinjoinen und wieder rausjoinen. Da spielt man gegen Bots und die Bots sind gefällig und die Bots warten, wenn man nicht picken möchte. Das ist der Unterschied zum Human Draft, der ist getimed. Getimed bedeutet, ihr habt nur eine gewisse Zeit, um einen Pick zu machen, während ihr beim Quick Draft euch so lange Zeit lassen könnt, wie ihr wollt. Ihr könnt auch zwischendurch duschen gehen oder rausgehen. Die Bots warten ohne Probleme. Sealed ist das Format, ist auch ein Limited Format, wo man sechs Booster bekommt und man sich daraus dann ein 40-Karten-Deck zusammenbaut. Das ist etwas anders als Draft, weil da müsst ihr auf nichts warten. Ihr bekommt etwas, das sich Pool nennt. Pool ist in dem Fall einfach eure sechs Booster zusammengeschmissen und daraus baut ihr euch ein möglichst starkes Deck. Auch hier gilt wieder Best of One, also bis zu sieben Wins oder drei Losses. Dann haben wir hier noch den Traditional Core Set Draft M21 oder in dem Fall einfach Traditional Draft des aktuellen Sets, je nachdem wann ihr das Video schaut. Hier spielt man auch gegen Humans, also hier draftet man gegen Humans, deshalb auch etwas teurer. Dafür spielt man insgesamt nur drei Matches. Man kann tatsächlich dreimal verlieren, dann hat man null Wins. Man kann aber auch dreimal gewinnen. Aber es ist halt egal, man spielt immer nur drei Matches. Die Matchanzahl ist fix. Hier gewinnt ihr tatsächlich nur etwas, wenn ihr wirklich 3-0 geht. Solltet ihr zwischendurch auch mal 2-1 gehen, ist der Verlust immerhin nicht ganz so hoch, denn ihr bekommt 1000 Gems und immerhin noch vier Packs. Aber hier bitte berücksichtigen, man spielt maximal drei Matches. So, dann haben wir noch das Traditional Standard Event und das Traditional Historic Event. Die sind eben genauso wie die normalen Events, wie Standard Event und Historic Event. Nur wie ich gerade schon gesagt habe, habt ihr hier halt die Möglichkeit mit Sideboard zu spielen. Unten haben wir dann sozusagen das Find Match. Play bedeutet einfach, play a single game versus another player. Ihr klickt da drauf und dann sucht der Algorithmus für euch einen Gegner. Ganz normal. Ihr könnt dort auch Standard spielen oder selectet ein Deck. Bei Brawl genau das Gleiche. Ihr sucht hier einfach einen Gegner, müsst dann aber ein Brawl Deck spielen. Brawl ist sozusagen die Arena Variante von Commander. Commander ist etwas, wo man jede Karte nur einmal benutzen darf und man hat so etwas wie einen Commander, der außerhalb der Spielzone liegt und den man immer einmal pro Spiel für seine Mana Kosten casten kann. Und je öfter der zerstört wird, desto teurer ist er dann. Standard Ranked. Hier hat man, hier seht ihr wieder, hier zack, haben wir wieder das Symbol eingeblendet. Ranked bedeutet, wir befinden uns wieder auf der Ladder. Standard bedeutet, wir spielen ein Standard Deck. Und nicht Traditional bedeutet, wir spielen Best of One. Traditional Standard Play bedeutet, wir spielen Unranked, aber Best of Three. Weil Traditional, wie ich gerade schon gesagt habe, in dem Fall das Best of Three einfach bedeutet. Traditional Standard Ranked, genau das Gleiche wie Standard Play, nur hier geht es wieder um die Ladder. Ich denke, ihr bekommt so langsam ein Gefühl dafür. Traditional bedeutet Best of Three, Play bedeutet sozusagen Casual Play und Ranked ist halt eben auf der Ladder. Und genauso zieht sich das hier auch durch. Traditional Historic Ranked, einfach das Gleiche wie Traditional Standard Ranked, nur mit einem Historic Deck. Historic Ranked, Historic Best of One und Bot Match. Ihr könnt, wenn ihr sozusagen üben wollt oder einfach nur testen wollt, könnt ihr einen Dummy nehmen. Dann spielt ihr gegen Sparky und das Spiel gewinnt ihr in der Regel doch sehr eindeutig. Das sind alle Spielmodi. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden, wie das funktioniert. Für speziellere Fragen bezüglich eines Formats, schaut doch einfach mal hier auf dieser Webseite vorbei. Da habe ich so einen Beginner Guide auch schriftlich festgehalten. Dort ist das alles nochmal ausführlich ausgeschrieben, wie denn die einzelnen Formate funktionieren, was dort für Karten legal sind und was ihr am besten beachten sollt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Lasst mir gerne ein Follow da. Folgt mir auf Twitch. Lasst mir hier bei YouTube ein Follow. Ich würde mich sehr darüber freuen. Es kommen immer wieder neue Videos von mir. Und ja, das war's von mir. Macht's gut. Tschüss.